Lego hat es einfach drauf, für jedes Themengebiet ein eigenes richtig cooles Polybag rauszubringen mit einem Hauptcharakter, außer bei Star Wars. Denn während wir hier mit einem X-Wing leben müssen, gibt es bei Marvel zum Beispiel das interdimensionale Portal mit Doctor Strange, einer richtig coolen Figur. Wir haben von Harry Potter den Dumbledore und jetzt gerade frisch erschienen im Juni 2023 den Batman 1992 mit einer unglaublich coolen Figur, die ja definitiv hier auch der Draw dran ist, mit einem kleinen Side-Build, was ich tatsächlich in dem Fall auch gar nicht so schlecht finde. Hey, liebe Brixis, und ein herzliches Willkommen hier zum Lego DC Batman Set Nummer 30653, dem Batman 1992. Und es ist schon ungewohnt, hier DC oder Batman zu sagen, weil so lange keine neuen Sets für Batman rausgekommen sind, dass man sich hier wundern muss, wenn überhaupt noch was im Laden erscheint. Aber jetzt haben wir eben für 399 dieses wirklich tolle Polybag. Und warum das deutlich mehr wert ist als diese 399, das klären wir natürlich heute. Das Ding kommt mit 40 Teilen, ist also quasi normale Polybag Größe und wir haben hier so einen kleinen Hausüberstand oder so eine Hausecke mit einem Drachen an der Seite, nehme ich an, und eben eine ganz, ganz, ganz besondere Batman-Figur. Das Amoxing ist hier natürlich wie bei jedem anderen Polybag auch also nicht besonders spannend. Ich nehme hier natürlich meine Schere namens Susi, damit das Polybag nicht ganz so kaputt geht. Ich schätze übrigens, dass sie irgendwann dann auch von den Polybags auf Papierbeutel oder Papierpackungen switchen. Ich bin schon mal gespannt, ab wann das passieren wird. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie die dann aussehen werden. Es purzeln einige Steine raus. Ihr könnt es schon sehen, vor allem natürlich die Batman-Figur, gucken wir uns alles gleich ganz, ganz genau an. Aber die Anleitung ist natürlich auch mit dabei und die ist hier vor einem blauen Hintergrund. Und ich weiß nicht genau wieso, weil irgendwie sieht das komisch aus. Zu dem Batman passt es ein bisschen, aber so blau hätte man das jetzt nicht machen müssen. Weiß hätte es meiner Meinung nach auch getan. Wir fangen natürlich wieder mit der Minifigur an und diesmal mit einer ganz besonders spannenden. Das hier ist nämlich Batman von 1992. Und wem die so ein bisschen bekannt vorkommt, der erinnert sich wahrscheinlich an den Batwing oder das Batmobil von vor ein paar Jahren. Da war diese Minifigur nämlich auch enthalten. Allerdings nicht komplett gleich, sondern vor allem eben dieses Kopf- und Umhangteil, was übrigens ein komplettes Teil ist aus Gummi. Das ist so ein bisschen gummiartig, lässt sich also auch bewegen und zusammendrücken und wurde hier vorne dann bedrückt. Also das war enthalten, aber eben auch Beine und ich glaube, der Kopf war eben auch der gleiche. Nicht alles allerdings daran, sondern was exklusiv hier ist oder fast exklusiv, noch exklusiv, ist hier unten der Torso. Der wurde nämlich ein ganz, ganz bisschen verändert. Man kann hier vorne sehen, so ein paar Details, die sind eben ja anders als bei der alten Variante. Beim Kopf bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, den haben sie auch geändert. Da war ja damals so ein Headband, glaube ich. Der guckt allerdings sehr, sehr ähnlich und die Rückseite ist dann schön. Sieht so ein bisschen aus wie Alfred, ehrlich gesagt. Also ein bisschen Print-Hobby auf der Rückseite eben auch noch. Aber ja, die Vorderseite sieht für mich noch ein bisschen schöner aus, weil man natürlich dann auch die Maske darauf packen kann. Der Torso, wie gesagt, der ist neu. Allerdings zwar neu mit diesem Polybag, allerdings nicht exklusiv. Der wird nämlich demnächst auch noch in der Batcave erscheinen, die jetzt demnächst eben rauskommt. Dieses große Ding für 400, 500 Euro, da ist diese Figur eben auch drin. Und deswegen ist das hier eben was ganz Besonderes, weil dieses Teil hier hinten, vor allem wenn ihr das eben haben wollt, war sonst noch nie in einem kleinen Set drin. Oder zumindest keinem von dem ich weiß. Deswegen ist das hier definitiv die günstigste und einfachste Variante, eben an dieses Teil ranzukommen. Wenn ihr euch nicht unbedingt irgendwie so ein 500 Euro Set kaufen wollt. Also die Figur ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und ich denke mal, dass eben aufgrund dessen auch die Figur sehr schnell oder eben das Polybag sehr, sehr schnell ausverkauft sein wird. Wir haben natürlich einen Batwing mit dabei. Hier so ein Batarang. Und den hat er noch ein zweites Mal mit dabei. Zum einen Mal als Ersatzteil, aber auch noch einmal in dem Bauwerk, was wir uns jetzt angucken. Und bei dem muss ich ganz ehrlich sagen, es ist größer, als ich erwartet habe. Aber es ist auch ein bisschen hässlicher, als ich erwartet habe. Irgendwie habe ich das mir schöner vorgestellt. Ich weiß es auch nicht. Hier ist übrigens der Batarang. Der ist hier hinten einfach nur angeklippt. Es sind so ein paar nette Teile enthalten, wie zum Beispiel die Mauersteine hier vorne oder eben auch dieses Clip-Teil. Das ist nämlich so ein 1x2-Clip-Teil. Das haben wir in der Vergangenheit jetzt noch nicht so oft bekommen. Deswegen ist es nett, das eben so in der Richtung zu kriegen. Ich habe jetzt gerade irgendwas kaputt gemacht. Ich glaube, das ist ein Drache hier vorne dran. Bitte korrigiert mich da natürlich auch gern, wenn ihr da irgendwie was Besseres wisst. Hier oben sind natürlich dann die beiden Stuts. Und die sind normalerweise in der richtigen Richtung. Ich habe jetzt ein bisschen hier messed up. Die Figur können wir da einfach so raufstellen. Die findet hier eben den Platz. Und dann sieht man eben auch, was es sein soll. Aber ganz ehrlich, irgendwie passt das nur so zur Hälfte. Ich glaube, ich baue mir da nochmal so ein bisschen was Längeres dran, damit das eben auch so eine schöne Hausecke ergibt. Es gab ja vor ein paar Jahren mal ein Comic-Con-Exklusive mit eben einem Batman, wie er genau so auf einer Ecke stand. Und dann war hier hinten noch das Bad-Symbol im Hintergrund, glaube ich. Also das Ding fand ich sehr klasse. Deswegen habe ich mich eben auch auf das Polybag besonders gefreut. Ich muss aber sagen, das hier ist wirklich sehr, sehr klein. Also ich werde mir da nochmal ein bisschen dran rumbasteln. Vielleicht kann ich ja auch noch einen Mock vorstellen, wenn das soweit ist. Bis heute freue ich mich, glaube ich, am meisten über die Batman-Figur. Weil die ist eben an diesem Polybag, glaube ich, das Besonderste. Also von mir gibt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für dieses Polybag. Ich finde das richtig, richtig klasse. Und gerade zum Preispunkt von 3,99 kann man hier absolut nichts falsch machen. Und ich glaube auch, dass es in den meisten Läden dann irgendwann auch für 2,99 oder zumindest 3,50 dann zu haben sein wird. Wenn ihr es findet, nehmt es gerne mit. Wie gesagt, die Figur ist absolut spannend. Und ich finde die einfach toll, so stehen zu haben. Vor allem mit diesem wehenden Mantel, der auch mal nicht einfach nur rumhängt oder irgendwo nach oben steht. Also das ist schon was ganz Besonderes, diese Figur. Und deswegen freue ich mich, die eben in der Hand zu haben. Wenn man sie entfernt, dann erkennt man den Rest nicht mehr ganz so gut. Und deswegen alleine dafür würde ich das jetzt nicht kaufen. Vielleicht kann man allerdings vielleicht ja so 3 oder 4 davon kombinieren, um noch so eine längere Häuserfront zu haben. Das werde ich allerdings nochmal austesten müssen. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Was sagt ihr dazu? Ist das so ein Ding, was man sich gerne auf den Schreibtisch stellt und dann vielleicht auch ein bisschen Spiel- oder zumindest Bastelspaß hat? Oder ist es was, was nach ein paar Tagen in der Steinekiste landet und nur die Figur ist wirklich interessant? Wobei sich das natürlich dafür dann immer noch lohnen würde. Wie gesagt, ab mit eurer Meinung gerne. Und in die Kommentare würde mich mal sehr interessieren, was ihr eben dazu sagt. Abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und schaut euch unbedingt auch dieses Video an. Da habe ich nämlich gerade das neueste Lego Star Wars Mystery Pack vorgestellt. Und vor allem habe ich bei dem Ding richtig, richtig Glück gehabt beim Auspacken. Ansonsten danke ich ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.